Hallo und herzlich willkommen zum Trailer des E-Learnings MSL für Einsteigerinnen. Sie sind in der pharmazeutischen Industrie tätig und möchten sich für eine Tätigkeit als MSL qualifizieren? Oder Sie arbeiten erst seit kurzem als MSL und möchten in Ihrem Arbeitsalltag weiter vorankommen? Dann sind Sie bei unserem E-Learning genau richtig. Mein Name ist Alexander Mauer und als Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei im Ärztehaus Friesenmark-Vogelsang vermittle ich Ihnen juristische Basics im Bereich der Arzneimittel- und Heilmittelwerbung. Sie erfahren beispielsweise, wann das Heilmittelwerbgesetz in Ihrer täglichen Arbeit Anwendung findet und welche Spielregeln Sie bei Kooperation mit Stakeholdern unbedingt beachten sollten. Zudem zeige ich Ihnen datenschutzrechtliche Herausforderungen auf und erkläre Ihnen, wie Sie mit diesen umgehen können. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich bin Maren Lampel, Associate Director Immunologie, leite und verantworte den medizinischen Bereich der Gastroenterologie bei Bristol Myers Grip und vermittle Ihnen im Rahmen des E-Learnings Tipps für Ihre tägliche Arbeit als MSL. Sie erhalten einerseits fundiertes Wissen über die Aufgaben eines MSLs und erlangen ein besseres Verständnis der Zusammenarbeit und Abgrenzung von MSLs, zum Key Account, dem Außendienst und Marketing. Andererseits bekommen Sie Tipps zur wissenschaftlichen Kommunikation, Dienstleistungen und Projekte von MSLs sowie der bedeutsamen Zusammenarbeit mit Key Opinion Leadern. Wir hoffen, dass wir Interesse geweckt haben und freuen uns, Sie beim E-Learning MSL Wissen für Einsteigerinnen wiederzusehen.